Heute eigentlich wieder ganz gut, ich denke morgen noch viel besser, dann werden wir auch wieder frisch sein. Ich denke, das gilt für alle, nicht nur für mich. Wetzlar war ein sehr intensives Spiel, ich denke, wir haben nie aufgesteckt, haben dann zum Schluss sogar noch die Chance, das Spiel zu gewinnen. Ich denke, das Unentschieden ist dann eigentlich recht gerecht, aber klar hätten wir gerne noch einen Punkt mehr geholt, aber es ist immer so, wie es ist und dann zählt es morgen wieder. Ja, ich freue mich sehr und ich muss sagen, wir werden alles tun für die Gruppenphase, weil ich glaube, jeder sehr viel Bock hat, auch die Fans, auch wir. Es ist ein super Erlebnis, du hast super Spiele, du kommst ein bisschen aus diesem Bundesliga-Spielfluss raus, ist auch gut für den Kopf und wie gesagt, wir werden alles tun. Ich habe super Erlebnisse von der Europa League, vielleicht nicht hier vom Finale, wo Güppen gewonnen hat, wo ich noch in Berlin war, aber sonst ist es ein super Wettbewerb und ich würde mich freuen, wenn wir zuerst die Gruppenphase schaffen und dann hoffentlich noch viel, viel mehr. Ja, ich habe es ja nur mehr oder weniger mal als Ergänzungsspieler bei den Rhein-Neck-Löwen mitbekommen, international zu spielen. Das jetzt, sage ich mal, als richtiger Teil der Mannschaft ist eine Riesenvorfreude und ähnlich wie Crescu zählt für uns. Oder wir wollen unbedingt diese zwei Spiele gewinnen oder zumindest einfach, dass wir weiterkommen. Das steht über allem und dafür werden wir alles tun und freuen uns richtig jetzt erst mal auf den ersten Part morgen. Ja, also ich denke, Lemko, aber auch wir, wir werden weiter sein. Also das war natürlich früher in der Saison, da waren wir noch nicht ganz so eingespielt. Dasselbe trifft auch auf Lemko zu. Lemko hat ein sehr schweres Hitsprogramm, also haben gestern gespielt, spielen dann glaube ich am Donnerstag wieder in Stuttgart. Vielleicht hilft uns der Tag mehr, ausgeruht sein. Aber ich denke, die Herangehensweise ist ähnlich. Wir wollen das Spiel gewinnen, so wie das letzte Ligaspiel eben auch. Video haben wir jetzt gleich. Ich denke, da wird der Schlachtbahn dann zurechtgelegt. Aber ich denke, wir sind ganz, ganz gut vorbereitet. Ja, ich glaube, wir sollten nicht so viel auf die Lemko-Spieler schauen. Wir müssen auf uns schauen. Ich glaube, im letzten Spiel haben wir sehr, sehr viel verworfen und das war ein Punkt, dass wir nicht viel deutlich in der ersten Halbzeit geführt haben. Ich glaube, das ist bei uns vielleicht auch das größte Thema in den anderen Spielen auch, dass wir sehr viel verworfen haben. Und zuerst da geht es viel besseren Abschluss haben. Wir spielen gegen einen Torwart, der uns kennt und mit uns drei Jahre gespielt hat. Das ist immer ein großer Vorteil für den Torwart. Aber trotzdem, wir müssen konzentriert in unseren Abschlüssen sein. Und da würde ich dann jetzt nicht bei Lemko irgendwelche Spiele aussuchen, weil Lemko hat schon länger gezeigt, auch letzte Saison, dass sie eigentlich besten Handball als Mannschaft spielen. Und das zeigt sich so aus. Also die Fans sind unglaublich wichtig in so einem Spiel und besonders bei so einem Spiel, wo es nicht nur um Sieg kommt, sondern auch um jedes Tor, um jede Aktion, um jede Abwehr, wo jeder Ball wichtig ist und jeder Ball am Ende entscheiden kann. Daher sind, wie gesagt, Fans einer der Schlüssel für den Sieg. Das Ziel ist natürlich zwei Siege gegen Lemko und wir werden alles dafür tun. Und ich würde mich freuen für jeden Fan, der in der Halle ist, der uns unterstützt und der uns nach vorne pusht, weil nur zusammen, glaube ich, schaffen wir das. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.